...die wir haben dürfen. Jetzt kommt ein Gast, ich weiß nicht, wie ich ihn ankündigen soll. Ist er der König von Mallorca oder ist er schon der Kaiser von Mallorca? Auf jeden Fall, er ist der erfolgreichste Schüler, Ex-Schüler, den ich jemals gehabt habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist er für euch, Micky Brauhausen! In das Haus! Hallo! Schönen guten Tag im Städten! Wie ist die Stimmung? Großartig, so hübsche Frauen hier. Zu Hause hat man so einen Schrott rumsitzen. Ihr müsst nicht lachen, ihr kennt meine Frau nicht, aber egal. Schön hier zu sein, heute Nachmittag. Walter hat seinen 75. gefeiert, 60 Jahre Bühnenjubiläum. Und ich sag's ganz ehrlich, ich fasse mich kurz. Ich bin 1984 von der Schule geflogen. Ich war damals schlechter Realschüler. Dann bin ich von der Schule geflogen, bin in Wettering an der Hauptschule gelandet. Und ab und zu ist es gar nicht schlecht, Hauptschüler zu sein. Denn wenn ich da nicht gelandet wäre, wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Dann hätte es die 10 nackten Friseusen nicht gegeben. Dann hätte es so viele andere Sachen nicht gegeben. Schatzi, schenk mir ein Foto. Also Walter war im Grunde ein Wegbereiter, ein Wegbegleiter. Und deshalb ist es mir heute eine Ehre und eine große Freude, mit Walter für euch hier zu singen. Schön, dass ihr hier seid. Und wir legen los natürlich mit einem meiner Größten. Jetzt Schatzi, schenk mir ein Foto. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir. Ich zähl bis drei. Ich winke euch herbei. Bist du noch frei? Hast du ne Nummer oder hast du ein Foto dabei? Und jetzt alle Hände in den Himmel. Hier, wo seid ihr? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schatzi, schenk mir ein Foto. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Mich hat ein Engel geküsst, der mir erschienen ist. Ich hab's zu spät gesehen und konnte mich nicht wehren. Mich hat ein Engel geküsst, auch wenn's kaum vorstellbar ist. Hat er das gut gemacht, ich kann mich nicht beschweren. Wir singen! Ja la 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 Ja la 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 Ja la 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 Ja la 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 Nochmal! Ja la 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 Ja la 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 Ja la 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 Ja la 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 Ja la 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 Noch einmal! Mich hat ein Engel geküsst, der mir erschienen ist. Ich hab's zu spät gesehen und konnte mich nicht wehren. Jawohl, Dankeschön! Ja, Niki Krause! Eich, in der Wintel, da warst du